Guten Tag, herzlich willkommen auf der Seite von treffpunkt online. Mein Name ist Alexandra, Alexandra von Rohr, ich bin die Leiterin des Sprachinstituts. Sie möchten Englisch lernen und überlegen, ob online etwas für Sie wäre. Online lernen kann als Zusatzkurs zu einem Sprachkurs oder auch als alleiniger Kurs eingesetzt werden. Der Kurs eignet sich für Erwachsene, Jugendliche und auch Kinder. Wir wählen das Material, die Didaktik und den Trainer dann entsprechend aus. Meine Lehrerkollegen sind Englisch-Muttersprachler aus England, Irland, Südafrika und den USA. Alle sind absolute Lehrerprofis mit viel Erfahrung in Präsenz- und Onlineunterricht. Sie unterrichten in Firmen, an Sprachschulen und online. Im Onlineunterricht kommunizieren Sie allein mit Ihrem Privatlehrer. Sie bestimmen, wann Sie lernen wollen, das heißt, Sie sagen an welchem Tag, zu welcher Zeit und wie oft pro Woche. Beim ersten Mal schreiben Sie diese Information ins Anmeldeformular. Nach dem ersten Onlineunterricht mit Ihrem Lehrer besprechen Sie den nächsten Unterrichtsterien direkt mit ihm nach Ihrer Englischstunde. Sie können den Unterrichtstag und die Unterrichtszeit auch variieren und wenn Sie einmal länger keine Zeit haben, können Sie auch pausieren. Sie bestimmen auch den Inhalt der Stunden. Wollen Sie allgemeinsprachliches Englisch, Englisch für den Beruf oder eine Prüfungsvorbereitung für IELTS, TOEIC oder TELC? Möchten Sie alle Fertigkeiten wie Schreiben, Hören, Lesen, Üben oder sich vor allem auf Ihren sprachlichen Ausdruck und die Aussprache konzentrieren? Möchten Sie Ihre Geschäfts-E-Mails mit uns korrigieren, eine Präsentation auf Englisch oder vielleicht sogar ein Vorstellungsgespräch vorbereiten oder Ihre Grammatik verbessern? Dies und viele andere Themen sind möglich. So, wie können Sie anfangen? Gehen Sie auf unsere Website und buchen Sie unser Starterpaket zum reduzierten Preis von Euro 50 für zwei Einzeltrainings auf 45 Minuten. Sie wählen bei der Anmeldung sofort aus, wie Sie zahlen möchten, Kreditkarte, Paypal oder Banküberweisung. Nach Erhalt Ihrer Buchung sende ich Ihnen drei Dinge per E-Mail zu. Eine Bestätigung Ihrer Einschreibung, einen Einstufungstest und die Kontaktdaten Ihres Trainers. Nach den zwei Teststunden freue ich mich, wenn Sie sich bei mir melden und mich wissen lassen, ob Ihnen die Stunden gefallen haben. Wenn Sie dann weitere Stunden buchen möchten, buche Sie Pakete von 10, 20 oder mehr Stunden ab 45 oder 60 Minuten. Als privat und sehr persönlich geführtes Sprachinstitut kenne ich alle meine Online-Kollegen. Mit meiner Erfahrung kann ich den jeweils richtigen Lehrer auswählen. Ich arbeite im Sprachentraining seit 1995 und im Englisch-Online-Training seit 2008. Als Firma, Privatperson oder Eltern finden Sie mir einen kompetenten Ansprechpartner. Neben meinen sehr engagierten Sprachtrainern werde auch ich für Sie da sein, wenn Sie Fragen haben. Melden Sie sich gerne bei mir. Auf Wiedersehen.